Wir sind der Sonnenhof! Sag mal, habt ihr Rufus gesehen? Ich weiß nicht, wo er steckt. Wir suchen ihn für dich! Hier ist er nicht! Peter, hilfst du uns suchen? Ist Rufus bei dir, Milly? Schade, hier ist er nicht! So viele Hühner, aber kein Rufus! Schauen wir mal auf dem Heuboden nach! Und, siehst du ihn irgendwo? Nein, hier ist nur Heu! Was ist das? Ach, da oben! Ich sehe ihn! Rufus, du bist der frechste Hahn, den ich kenne! Na vita! Na vita!